Ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge South Park die reiktikulärer zur Eisprobe mitten im DLC, dreimal in der letzten Folge versagt, was ich leider sehr bitter finde, aber wir werden es jetzt noch ein bisschen stärken, vielleicht kriegen wir noch irgendwas dazu, vielleicht können wir es noch ein bisschen stärken und in der Zwischenzeit werden wir hier weitermachen, das nächste wäre Schattenschwamm und da haben wir dabei stehen, dieser unnachgiebige Beschwörungsalgorithmus hat nur ein Ziel, sich mit einem unendlichen Vorrat an Klonen zu überwältigen, Gefahr, Beschwörer erschaffen einen gegnerischen Schwarm, wenn sie nicht unterbrochen werden, benutze Frostfähigkeiten um sie in Schach zu halten. Frostfähigkeiten. 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 Frostfähigkeiten, man müsste sich komplett umstellen. Schauen wir mal, was wir gleich mal dabei haben, den wir... Moskito wäre eigentlich auch interessant. den Chaos würde ich jetzt nicht mehr haben, den Coon brauchen wir jetzt auch nicht. Toolshed ging auch zu schnell down. Wir werden 2 Prozesse mitnehmen, wie Steen, wenn man es auf jeden Fall behalten will, der kann einfrieren. Käpt'n die Betas wäre eigentlich auch nicht so schlecht. Aber wir werden Wondertweak mitnehmen, sehe ich gerade. Ja, wir werden Wondertweak mitnehmen. Wondertweak! Gut, ich glaube, wir haben unser Team zusammen. Und ich hoffe, es ist das richtige Team. Initialisieren Szenario Launch. Ladesimulation. Schaffe Kampfgeist. Gleich endet der Rest deines Lebens. Gut, was ihr kennt, kann ich aber auch, ja? Ja? Klonen? Gibt's noch Airborne RCD? Klonen? Kann ich schon lange. Ja, schon lange auch nicht, aber ich kann es. 1200 Damage. Okay, wir werden zuerst ein Anhegel. Danach werden wir mal so ein bisschen eins rein würden. Scheibengeister. Ich hoffe, die haben nicht alle auch 1200 oder sowas. Das war zwar der schlimmste, was man passieren kann. Ach, ich habe 170. Au. Okay, ich kann aber noch... Okay, einmal in die Richtung. Sehr schön. Gegner zerstört! Okay, wenn es so geht, dann ist es... Naja. Ein Sturm, zieht auf! Ein wenig einfach. Es wird als nächstes auf jeden Fall ein Ninja kommen. Und zwar der auf der Seite. Wo will ich nicht hinkommen? War ja wieder klar. Ist es von da aus? Auch nicht. Gut, wenn ich die Ninja nicht aufhalten kann, dann muss ich ihn aufhalten. Scheiße bin ich dran? Warum tut keiner was? Wer will ein Eis? Ich muss ihn ein bisschen unterdrücken. Ich muss ihn ein bisschen unterdrücken. Ach, hier rechts unten noch. Mittag habe ich jetzt null. Ich lasse es jetzt krachen. So. Aber weil es jetzt so schön ist... Ja, da ist einfach Metall sitzen. Er haut einfach mal so hin. Die Ninja ist immer gegen einiges mehr an Life. Das geht gar nicht. So. Lecker und Arsch! Ich werde mich jetzt einfach da herstellen. Fertig gut. Gerns jetzt nicht. Heilige Scheiße! Okay, diesmal werde ich einen Ninja empfrieren. Was nicht geht. Okay. Was geht da? So hat sie. Okay, dann nicht. Blitz und Donner! Ich habe euch alle aufgeladen! Gut. Direkt nochmal. Warum bist du nicht angeniedert? Ja. Ja, hauptsächlich blut er mal. Okay. Ein Ninja ist weg. Oh. Keine Gegner. Schade. Er kann auch nicht viel ausrichten. Und ich kann mir jetzt nichts... Nichts wo hinstellen. Okay. Er ist erwerb und dann nichts, dass er angreift. Kleine Erfrischung! Okay. Gut. Ich verschreie jetzt nicht schon wieder. Nein. Ich habe keinen Nutzer schon wieder zum Verschreien. Ja! Das schaffen wir, Leute! Nein. Bye-bye. Wir werden einmal die Ulti rausschmeißen. Der oben ist geschockt, der unten greift erst nach der Kanone wieder. Ja. Ach so, da steht... Da steht auch noch einer. Die habe ich jetzt komplett überstehen. Ja, ins Jenseits mit euch. Ich verschreie es lieber nicht. Es ist vorbei. Nein. Oh, was habe ich jetzt gemacht? 97 Schaden, alter. 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 Das ist bitter. Zielsysteme online. Hm. Dann stoße ich ihn wieder weg. Ich werde Platz tauschen. Hierher! Klasse! Nur 36 ist nicht viel, aber es kann einiges ausmachen. Ich werde geprügelt! Du bist wieder ein neuer! Du viel Druck! Okay. Egal. Blitzzeit! Das wird noch eine Weile pritzeln! Pritzel, pritzel! Wenn ich nicht dein schlimmster Albtraum bin, will ich es werden! So, aber diese machen wir es richtig, oder? Geil! Ah! Geht doch! Ziel erfasst! Superdose! Dem ist mir egal. Supertornado aktiv! Nicht mal ein Kratzer! Ein echtes Qualitätsprodukt! Schütz dich direkt um, Furtzloth! Meine Sturmwinde sollen dich bestrafen! Willst du mich jetzt regieren? Ich steh ins genau verkehrt herum. Kreis Sturm zieht auf! Alles aufwachen, Leute! Los geht's! Der Seite gibt's nicht, aber ich bleib weg natürlich. Mach ich da, Angriff... Wenn wir schon weggehen, dann gehen wir noch richtig weg, oder? Noch einer erledigt! Oh, steht da? Ah, steht da oben. Ah, egal. Egal, egal, egal. Ah, egal. Jetzt kommen wir hier hin zu 24. Okay. Ah, egal. Duper-Mech, Upgrade bereit! Okay, Duper-Dos ist vielleicht nicht die geschickte Lösung. Ah, wir haben sie noch nie gesehen. Duper-Dos hat man gehört. Okay. Ah, eh! Okay, ich weiß schon, aber ich... Ich glaube, wir werden nie mit in den anderen Kampf übernommen. So, noch einmal werden wir uns klonen. Weil es so schön war. Und jetzt gibt's noch mehr, wo der erste liegt! Kuckuck! Na bitte! Hey! Hey! Gut, wir haben wieder einen Kampf gewonnen. Gut, war dieses Mal nicht so schwer wie der... ... 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 Aber ich weiß nicht, wie es wird mit 2. Also muss ich auf jeden Fall... Alright, jetzt kann ich nur nachschauen, welches Team ich beim letzten Mal gehabt habe. Gut. Ja, dann war's das aber auch schon wieder für die Folge. Wie gesagt, wir hatten ja unsere Klon-Künstler gegen die wir angesetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet euch beim nächsten Mal an. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss. Baba.